Ja und herzlich willkommen zurück zu Carillon. Wir sind ja jetzt hier im Bunker drin. Mal schauen was hier Spannendes ab uns wartet. Ob es viele Menschen gibt zum Fressen. Okay das ist der Ausgang. Ob wir am Schluss hin müssen. Ist doch schon mal gut zu wissen. Aber wo geht es denn weiter? Irgendwie nirgends. Wait nochmal kurz hier schauen. So wir müssen unsichtbar sein für den Laser. Deshalb können wir hier Biomasse abgeben. Ähm noch einmal. So. Und dann müssen wir uns hier unten aufladen. Ja. Sind wir unsichtbar. Gehen da nochmals hinein. Und dann einmal durch den Laser durch. Ich habe ein lebendiges Leib gefressen. Ich habe ein lebendiges Leib gefressen. So. 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 Das war's. Geh du, geh du mal nach rechts, komm. Komm. Geh nach rechts. 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 Jetzt können wir nämlich da die Tür aus dem Schalter betätigen Das erste Tor öffnet sich aus dem Schalter Okay. Hallo. Jetzt gibt es hier Schönes. Und Polycaria, bilde ein drittes Greif-Tentakel. Eine Dämmungseinheit 4 von 9. Greif-Tentakel. Ich verstehe manchmal nicht ganz... Ist es Greif-Tentakel? Einfach dafür da, dass wir drei Leute auf einmal... ...pressen können. Okay, das ist wieder ein Kern. Das ist ein Kern, okay. Ich werde auch irgendwie diesen Kern brauchen. Und ich wüsste gerade nicht, wo wir das gebrauchen könnten. Wenn ich ehrlich bin. Ah, da. Jetzt sieht das Teil aus. Okay, da öffnen sich zwei Tore am... ...vier Tore am Anfang. Fünf Tore. Und das ist wahrscheinlich der Rückweg. Schätze ich mal, weil das zuletzt gezeigt wurde. Dann würde ich jetzt mal ganz kurz einfach hier links gehen. Oh no. Wenn man flüssig ist, kann man sich ja nicht... Shit. Kann man... ...ja nicht. Diesen Schuppen abgeliehen. Diesen Panzer. Shit. 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 Können wir hier drüben speichern? Ich weiss gerade gar nicht. Ich glaube schon, oder? Irgendwo konnte man doch speichern da oben. Oder nicht? Ich glaube schon. Ich gehe. Ich gehe. Let me watch it, Kurt. So einfach geht's. Okay, das ist die Tür, das ist wahrscheinlich der Rückweg. Shitty, shitty, shitty. Shitty, shitty. Shitty, shitty. Shitty, shitty. Shitty, shitty. Man muss einfach ausrasten, um diese Drohnen vom Leib zu kriegen. Und ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist, ehrlich gesagt. Was ich gemacht habe. Hauptsache wir leben noch. Diese Bandriemen und diese Drohnen, das ist schrecklich. Okay, das war nur zum Durchquetschen. Jetzt einmal hier unten lang. Da geht es nicht lang. Dann wahrscheinlich oben lang unten. Und kurz speichern. Junge, Junge. Das Spiel geht doch noch länger, als ich gedacht habe. Ich dachte eigentlich, das vorhin wäre so der Endkern gewesen. Aber offensichtlich ja doch nicht. Okay, dann haben wir schon mal oben links geschafft. Das Grabungsbereich. Und dann haben wir schon mal, was da ist ein Blumen. Was da ist ein Blumen, was da ist ein Blumen, da ist ein Blumen, das war der Ich werde stehlen. Wir werden stehlen. Ja. Alter, was ging da denn bitte? Was ging da oben bitte ab? Das ist ja schrecklich. Ah, der hat es gemerkt. Okay, das war's. Alter. 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 Also mit so wenig Leben schaffen wir das sowieso nicht eigentlich, ist das egal. Alter. Okay. 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 Wir haben es geschafft. What the fuck? Aber ich habe hier kein Leben mehr. Also ein einziges Leben noch. Okay. Good. Okay. Okay. Ah! Okay. Ein Zeitschalter. Sieht zumindest so aus. Dass ich das vorhin geschafft habe, Alter. Crazy shit. Hätte ich nicht gedacht. Und wo kann ich denn jetzt Biomasse abgeben, die ich brauche? Ich brauche weniger Biomasse. Ich muss ja den Schadrich betätigen. Und auch den anderen. Und dafür brauche ich weniger Biomasse. Biomasse. Ah, hier. Ne, noch weniger. Das brauche ich. Ich glaube es zumindest. Speichern ganz wichtig. Nach diesem extremen Ritt da oben. Oh, holy shit. Wo ist das denn? Okay, ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.